Ich versuche, Trimex Clancy in einem Rutsch auf 1000 Trophäen zu bringen. Doch wie der Run mit Musa läuft und welche kranke Siegeserre wir aufstellen, siehst du jetzt. Trag gerne Code Bigspin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Okay, Leon haben die und einen... Oh, Mac, okay, geil. Warum geil? Nice. Nö, weil ich da viel Lampage machen kann und meine Ult aufladen kann und dann kann ich sowas hier machen. Oder auch nicht, weil ich dumm bin. Egal. Okay. Nice, ist ein Tor, muss ein Tor sein, oder? Ja. Nice. Nice, ein frühes Tor ist wichtig. Sehr, sehr gut. Ja. Lispelt Clancy? Ich glaube, so ein bisschen. Er nennt sich selber Clancy? Ich glaube, ja, tatsächlich. Äh, Leon um sich. Mann, wie nervig ist denn Mac? Mac wird gebufft. Die macht jetzt mehr Schüsse. Ja, die ist in der Nachbar. Wird gebufft und seitdem Symantec dir gesagt hat, dass sie broken ist und wir sie easy auf 1000 bringen können, ist sie immer noch so stark. Ich mach's fair pass. Ja, nice. Ja, nice. Fair pass, Rudi. Los! Ah! Ach Gott, Digga, was mach ich in meinen Ulz? Nice. Schön. Darf ich ungelogen keiner angucken, wenn ich das angucken, der muss sich danach die Augen duschen nehmen. Fokus würde ich auf Barry, du hast mehr Rangers, die Big Spun. Ja, mach ich natürlich. Wie lang geht die Season noch? Die Season im Sorts, glaube ich. Ich muss noch ein Meister kommen, Alter. Was heißt wir? Ich und vielleicht auch du, weil du noch nicht Meister bist. Ja, ne? Okay. Und diesmal müsst ihr dann damit ein bisschen früher anfangen, weil es ab Lagi 1 kein Boost mehr gibt, das heißt, danach muss man 28 Games in Folge gewinnen. Hilfe, Hilfe. Ja, da werden schon zwei Tage ganz gut. Nice. Doch, wie lange geht die Season noch? Sechs Tage. Ach so. Können wir das machen? Ja, können wir gerne machen. Schau mal den Ball jetzt hier. Gib mal. Hüp. Schön. Sehr, sehr gut. Ach, Rain Season Ende morgen früh. Lol, okay. Da aberst du dann. Dann. Ja. War wahrscheinlich die Musa nach der Trophy Season. Ach so, du hast... Du hast... Du hast... Ich glaube, Rain Season endet morgen mit Dingens mit dem Event. Ja. GG dann. Hm. Klingen wir irgendwie hier. Man reicht jetzt mal hier Schnauze halten auf die Begegnose. Ja, das war kein Tor. Doch, nice. Oh, wie geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das war geil. Das war richtig geil. Nice. Die Ems könnte gut sein, ne? Die ist Marcel, diese Season. Echt? Okay. Gut, dann müssen wir aufpassen. Was ist das denn für eine Scheiß? Wieso denn? Ja, lass mal... Die Ems spielt jetzt Zane gut! Ja, du hast... Digga, du bist einfach reingerannt und hast alles gefallen. Nein, nein. Ich bin rausgerannt mit Charge und sie hat alles auseinandergenommen. Okay. Dann haben wir zwei andere Sachen gesehen. Geht du nach rechts? Geht du einfach eventuell? Ich hab den einen. Ich denke, das ist schlecht von mir. Digga, what the fuck? Ich kann doch nicht mal leveln. Ich kann doch nicht mal leveln. Versteht ihr? Ich muss ja erst OP werden. Ja, ich verstehe. Könnt ihr krachen? Na, passt schon. Kommt mal hin. Ich bin tot. Ich wurde dreimal von der Ems. Ich werd einfach... Ich werd erniedrigt. Wir müssen uns jetzt ernst fokussieren, sonst könntest ihr wirklich krachen. Jetzt wirst du ein bisschen schwierig. Du musst den killen. Du musst... Kann ich nicht. Hab geultet. Hab geultet. Wieso überlebt ihr meine Ult? Noch nie hat meine Ult überlebt. Wir sind da. Ja. Wir sind beide schon geklärt. Also... Jetzt kann ich nicht raus. Die Sporttrappen uns einfach. Wir haben kein Werfer. Ja, doch wir haben den Werfer, aber ich komme nicht ran in die. Weil die Ems einen guten Job machen. Was ist das? Mach bei uns auf. Egal, wir gewinnen das noch. Wenn du jetzt nicht an mich mal rangehst mit den Teilen, dann... Hab ein kill jetzt mal. Okay. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt müssen wir nach vorne. Jetzt geht's ab. Plurre. Bin in die Plurre getreten. Mach ich erstmal wieder auf da. Ich hab nix mehr. Ich muss bei uns alles breaken. Komm, tschuld Jungs. Komm, tschuld Jungs. Okay, das wird schwer. Ja. Egal, wir schaffen das. Hm. Nein. Wichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt mach's, mach's, mach's. Sag's. Ich hab's. Ja. Let's go. Bei dir geht's. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Fokus jetzt. Wir wollen die Streak nicht verlieren, Jungs. Ja, ja. Es geht nur um die Streak hier. Okay. Nicht den Streak den Ball geben. Hab die Ems, hab die Ems. Brauchen wir irgendwas. Mach mal was, mach mal Assassin Action. Ja, 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 ja. Hab den Squeak und die Ems noch raus. Vorne, 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 komm. Mach's. Was? Rechts. Ja. Maschine, Junge. Was war das denn? Abicke und das Tor. Wie gut, Alter. Geil. Viel Rechtschreibfehler in dem Wort Satisfying. Ja, egal. Aber ist ja trotzdem, Leute, das ist ja auch gut. So, Montus könnte krachen. Achtung. Hast du, oder? Ja, nice. Boah, ich hab Carlos auseinandergenommen. Carlos ist heftig. Mach auf. Nice, sehr gut. Nice Junge. Jetzt wieder chilliger. Jetzt wieder chilliger. Jetzt wieder chilliger. Nice Junge. Jetzt wieder chilliger. Nice Junge. Nice, war nach vorne einmal. Wildsäcker, was macht der da? Wer? Der kann. Das ging die Band. Nice Junge. Löwe. Ich hab so eine Übersicht. Löwe. Das ist der Score-Max. Also, woher kommt der auf einmal? Das muss die Kontrolle über die Map gewinnen. Nita. Okay. Nice. Das ist schon wichtiger gewesen, Mann. Ich mach auf, ja? Ne. Ja. Ich mach hier so ein bisschen auf vor denen, warte. Oh, geil. Noch Kurt getroffen. Wichtig. Ich wurde gemütet. Oh, jetzt auffassen. Ganz dringend nach hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut reingezogen, Mann. Das ist halt geil, da hab ich jetzt den Doppel-Attack direkt schon, ne? Ja. Ich leg ihn mal so rüber ein bisschen. Nita sollte down sein. Ich hab hier den Band in der... Oh mein Gott! Ich mach wieder auf. Ich hab hier einen aufgespielt. Der wird so drauf springen. Der wird so drauf springen. Warum machen wir kein frühes Tor? Ja. Du hast den einfach gelöscht, what the fuck. Du hast den einfach gelöscht, what the fuck. Ja, jetzt mach ich die ganze Zeit. Die spielen das ganz gut gerade. Die verteidigen gut. Ja, die verteidigen... Im letzten dritten Def sind die echt gut. Das nervt. Ich hab die fünfmal getötet. Du musst jetzt ernst aufpassen gerade mal. Kurz. Stark. Boah. Ist der drinnen? Auch gut. Er hat mich verbrannt. Ja, hat er. Die Primo-Sau, Alter. Jetzt aber reinmachen. Ich hab healing. Ich hab healing. Ich kann durchlaufen theoretisch. Ja, wobei. Jetzt gehen die Bären. Junge, der Bär! Mach mal mehr auf gegen die. Noch keine Range. Weg mit ihm. Nein. Ja. Aber... Wir haben immer noch Musa, Mann. Double Kill. Jetzt reinmachen, eventuell. Mach ihn. Mach ihn, mach ihn, bitte. Early, Early Tor. Mach rein rein. Stark. Early Tor geht auf vier Sekunden als Game. Okay, ich mach jetzt was krasses, glaub ich. Ich konnte nicht schießen, hä? Cordy, das ist rechts. Ich bin am Bär gestorben, Digga. Cordy ist Mitte. Cordy ist genau in der Mitte. Jetzt ist er oben rechts. Ich bin am Bär gestorben. Okay. Ich mach was krasses wieder. Ja, natürlich, Digga. Krass sterben. Ja, was soll ich machen? Alles gut. Nice, haben wir, haben wir. Ja, der kann nichts machen. Der hat sich einfach selber die Chance genommen, nochmal ein Tor zu machen. Sauber. Sehr gut, jetzt kommt. Das war gut. Das war sehr, 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 sehr geil. 8, 12, 14. Wo läuft den Deinemike? Sorry, sorry, auf Mortis. Ja, ich werde versuchen, dass er den nicht in den Hintern kriegt. Na, schwer. Nein, stark. Stark wichtig. Ich hab WK raus. Den Druck. Alles gut. Ist gut. Stark. Ne. Das kann nicht sein. Guck dir den mal auf. Das ist alles gut. Ist okay. Yo, 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 das geht nicht. Alles gut, die kommt nicht davon, die kommt nicht davon. Ja, aber das, wieso die so gut, Digga? Das war nix. War komplett los, gell? Ich bin hier in einem schwierigen... Ich bin hier in einem schwierigen... Okay. Stark, Max. Stark, das brauchen wir. Alle tot. Noch ein. Stark. Digga, schieße gegen Pfosten. Sehr, sehr gut. Max, Max, Max. Krass, krass. Scheiße. Krass. Mein Fehler. Ja, ist gut. Ein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Das hast du aber Stufe 3. Kannst du dir so kochen. Wir müssen nur aufhängen aufpassen, dass wir nicht zusammenstehen. Ich darf nicht auf zwei ulken. Nice. Sehr, sehr gut. Jetzt darfst du jetzt. Ball rein, Ball rein, Ball rein. Mach's. Mach ihn. Nice, Digga. So gut. So gut, wirklich. Stable kill, Tor. Sehr, 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 sehr starke Runde. Aber wir sind übertrieben gut. Boah, so starker da bist dann, Bro. Wenn wir halt gewinnen bis 1000 sind wir... Das wäre jetzt unsere krasseste Session. Nice, das war so gut. So einstabile ult. So einstabile ult. Das bockt, Digga, das bockt. Das bockt. Ihr spielt richtig gut. Danke, Bro. Du auch und Mixmit auch. Mit Clancy ist einfach geil OP. Achtung, der Mord sieht mich kochen. Mach mal weg. Auf jeden Fall, wir brauchen die Hilfe bei Musa hier. Alles gut, alles gut. Nice. Wir führen alles. Wir haben gar nicht groß was zu verlieren. Wir müssen eigentlich den Ball können wir cornern. Ah, haben wir noch mitgenommen. Ich level, er verliert sein Level, oder? Richtig, genau. Genau, genau. Ja, ja. Passt doch. Wir müssen hier diesen Korridor halten. Wenn ihn da durchkommen, können es schwierig werden. Stark. Da wird es rein gehen. Nice. So gut, ne? Das ist crazy. Ich da nicht? Ne, ich hab gemisst. Egal. Digga, was macht Crabby? Clancy was für scheiß Geräusche, wenn er stirbt. Crabby hat einfach gestorben. Crabby. Ich spiele gerade auf einmal sehr, 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 sehr gut. Nein. Die wurden gerade 15 mal gefarmt. Die sind einfach nur sauer. Die haben die volle Kontrolle, alles gut. Der Stark. Hab ihn gelöscht. Jetzt konnte es noch mal knapp werden. Habt ihr? Auch mal gelöscht. Yo! Alle drei. Sehr, 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 sehr stark. Alter, Frank. Frank ist eigentlich Free Farm für Max. Stark, 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 stark. Auch stark. Das ist das Problem, wenn er einmal auf mich jumpencheckt. Ja, wenn er einmal auf dir ist, dann war es das. Dann ist es over. Und ich hatte auch kein Gadget Rally. Die hat sich gestunnt. Ja, alles gut. Das hat Edgar. Digga, wie gut spielt die Jessie. Kannst du ja nichts für. Wer kommt, Achtung. Was macht er da? Was mache ich da, ist die Frage. Ja, na, ist der Ulti wichtig. Sehr gut. Boah, mit mehr Power hättest du die one-shotet, die Jessie, ne? Mit ein Power Level mehr, oder? Ja, ja, die wären tot gewesen. Beide? Die wären beide tot gewesen, ja. Boah. Der wird jetzt ulten gleich. Ja, der Fans spielt wirklich sowieso ein Average-Frank, man. Hab keine Ahnung, was ihr macht. Nice. Oh mein Gott, hab ich dir gedocht. 200 Damage, da hab ich's noch weggeballert. Das war frech. Der hat gewinnt zu fett jumpen. Ja, da müssen wir aufpassen. Achtung. Fair Gold. Passt. Halle Doad. Ja. Okay. Gute Ulti-Wix-Bin. Beste, was man daraus machen kann. Boah. Nice. Du hast ihn fett gesloten. Ich hab den aufgeregt. Fessi getötet und dann durch die Lücke gesteckt. Schönes Ding. Mortis wieder. Okay. Ich versuch dir den Mortis vom Hinn zu halten. Der wird's rein rotieren. Der wird's versuchen rein rotieren. Nice. Schön, wichtig. Boah, nee. Digga, also wenn Clancy stirbt, der macht... Und ist dann einfach tot. Als wenn er so qualvoll die Kehle aufgestützt bekommt. Holy shit, man. Die Average-Homo-Experience. Ich bin gekocht. Habt ihr noch mal bestand? Wir müssen jetzt Deffen. Stark. Oh mein Gott. Nein, das wär so toll gewesen, hätt ich schon meine... Scheiße. Ich mach hier mal... Musa macht mal alles auf, damit der... Rico uns besser treffen können. Nee, nee, nee. Das ist der Weges-Fan, das ist der Weges-Fan. Ja, ich hab das gemacht damit. Digga. Du brauch den Ball. Wendig bei. Vor allem grad da kann der Rico uns nicht besser treffen, du Esel. So mein Geld-Unternehmen geworfen, das ist nicht normal. Oh, hab ich ihn verzaubert. Stark. Heilige Scheiße. Ich hab den Rico... Ah, nicht getroffen. Da wär' ich nicht reingegangen. Sorry, du musst jetzt eigentlich hier ulten. Ja, macht er auch gut. Oh, verladen Digga. Ist das krass. Das war echt abgezockt, Mann. Das war jetzt die ganze Zeit mit dem. Ich bin so ein Moral-Discounter. Ich hab's nicht reingegangen, ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Alles gut. Okay, Big Spin. Das war den meisten Dämage. Okay, den haben wir auch Clancy. Ich nehme die Mitte Musa und ich gehe nach rechts. Okay, auch gut. Hab den Tick rausgenommen. Am Danklich. Gib Spray. Tot. Oh, so ein frühes Tor ist so wichtig fürs Mantle. Das bricht die sofort. Ja, das ist echt wichtig. Da sind irgendwelche 15, die range dann eh komplett weg. Weißt du, deren Mantle ist schwach. Oh, der wird jetzt durchrennen. Ja, ja, ja. Schafft er nicht, schafft er nicht. Ich hab Bombe. Oh, ich hab den so gedifft, ich hab den so gedifft. Ist egal, das ist lächerlich. Was passiert hier? Ja, der ist gut. Oh, ich hab übertrieben einen aufgespielt. Ja, ne, ist 1-1. Nein, das war mein bester Play des Tages. Okay. Hä, echt? Komm, jetzt Fokus. Wir dürfen den Bull nicht so durchlassen. Leider. Fokus. Achtung, der Typer Judge. Ja, der will wieder, der will wieder. Hab ihn getötet, er ist tot. Oder? Ja, dieser Kopf, ne. Stark. Abbekill. Jetzt rein, oder? Tick ist auch so geistigern nervig, Mann. Ja, ja, der nervig. Aber jetzt leist du die ganze Wände hier weg, dann ist er useless. Achtung, nicht Tancy Featon, der hat Marken vor Doppelgrad an. Der muss eigentlich hin zum Wechsel. Keine geben. Stark. Knoppekill. Oh mein Gott. Ne, du hast Kotilis gemacht, aber ich hab den Tor. Nice. Wichtig. 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 Das war knapp. Let's go. Geiles Game. Was haben die? Mord ist Edgar, oder was? Ne, Mord ist Kodilis. Kodilis ist tot. Ist das ein Mordis oder ein Edgar? Ist ein Edgar? Edgar, ja. Okay. Haben wir. Komm. Nice. Hab mitgeholfen. Das war auch wichtig, Digga. Ernst. Weggeplatzt. Super. Jetzt mal den Ball dahin, aber du brauchst nicht. Ist das für eine? Ist das Cordelius? Ja. Ich hab's dann. Nee, ich stunne. Nee, ich stunne nicht. Egal. Gut, 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 gut. Wenn wir so stehen, ist gut, weil... So kann ich mich einfach aufladen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Komm. Wir können nach vorne, Max. Zeigen eins. Cordelius ist hinten, ich hab den mitgenommen. Ich nehm ihn, ich bleib bei dir, ich bleib bei dir. Ich bin hier drin. Cordelius ist links. Treffer, Treffer. Oh mein Gott. Stark. Let's go. Digga, was ist das für Plays, die wir hier raushauen? Schlag wieder. Wo ist Cord? Wo ist Cord, Bro? In der Mitte, genau in der Mitte, genau in der Mitte. In der Call. Mach so Damage, ich konnte Edgar so hart. Stark, die Connern, obwohl die verlieren. Heftig. Wo, 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 wo. Was hast du gesagt? Die Connern den Ball, obwohl die gerade verlieren. Das ist so dumm. Ja. Ja. Sehr stark. Der Ball kann er liegen, oder? Ja, lass die einfach in den Abend kommen. Wieso Connern die? Weil die lost sind. Weil die nichts machen können. Die kommen ja nicht mehr raus, Digga. Ja. Aber, das ist doch schlecht für die. Dann verlieren die, die verlieren doch. Ja. Ha. Ja, bin ich, wieso, wieso, die, die, die spielen auf Zeit. Ja, weil die nicht rauskommen. Es ist zu dominant von uns. Jetzt kommt der Kollege das einmal ran. Glückwunsch. Es ist zu dominant, wir sind zu gut für die. Also, ernst. Wir haben die so dick auseinander genommen. Das ist geil. Also, wirklich. Das Game waren wir das dominanste, was wir heute gespielt haben. Ernst. 8, 2, 10, 0. Super.